Ah, nur die Beine. Was ist denn mal die Zunztyp? Kann sein, oder? Was habe ich jetzt hier aktiviert? Ich weiß es nicht. Hilf mir nochmal. Hm. Hm. Bum bum bum. Ich weiß es nicht, wo ich lang muss. Und dann will ich auch unten hin. Komm ich ja leider auch nicht. Ach hier. Ich muss das mal sehen. Ach schön. Überhaupt nicht auffällig? Nein, der Gleife. Egal, ja. Kommt. Kommt. Oho. Ich brauche meinen Füßen, ey. Jetzt sind ich auch welche ohne Schwerter hier. Sterbe. Ihr Ungläubigen. Oh, er kann erst mal noch da bleiben, dann kann ich nicht irgendwie zu machen. Nö, hab ich fast mal sterben. Oh Gott, Alter. Sack. Ich glaube, 8 live. Oh, ich bin wirklich knapp, ich habe kaum noch Monizern. Und da muss ich auch passen. Lol. Erstmal lieber Speicher an, bevor ich irgendwas mache jetzt hier. Bevor ich Brucht. Um auswählen kann. Ups. Extrem. Puh. So mache, weiß ich noch nicht. Übersprung vielleicht, ja. Verdammt. Gruft. Laden. Super. Oh, so spät er entspricht, also. Oh, machst du was? Tschüss. Leute. Wiedersehen. Türbeirat. Du, die weißt, okay. nudigtais, mondgez, Donn- Und wenn, dann sterben sie sowieso. Nicht. Das speicher mir meinem Красlight. Spaß, iOS. Kommt. Ich weiß nicht, ob er eigentlich gespeichert ist, oder? So, Tür auf. Tür auf. Oh, 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 verdammt. Oh, kommt. Kommt. Sind beide tot. Das ist gut. Einfach so, was die gibt. Aber jetzt speichere ich. So, Gruff speichern. Maschinen, hundertprozentig Gruff. Zack. Glück gehabt. Kommt. Da merkt, komisch aus, ey. Ich bin nicht Struktion. Ruhe. Auch geschafft. Und dann, kann ich hier aktivieren. Jetzt geht es da runter. Oder hier hoch? Jo Jo Noch mal Spiele speichern Wenn man ein Stück zu schnell mit Lohn erheftet ist Besonders bei so einem Personen Sache Er kommt Nur einer? Schen Hm Oh Auch keine Lust drauf Sorry Leute Das ist immer so schwer Aber sonst kacke ich ihn nicht noch mal machen So kommt Boss Gegner Oder? Wow Halt! Noch einer? Boah, jetzt kommt's. Von da? Oh, verdammt. Da geht's runter. Was ist hier? Hm. Hm. Nee, Levelende wäre ich noch nicht. Ist auf der anderen Seite. Vielleicht noch ein Versteck. Nichts. Okay, dann zum Levelende. Ach, teilt. Ziele. Schicksal 1 und 2. Suche 3. Egal. Und weiter geht's mit dem nächsten Level. Bisschen zwei dunkle Gäste, ja. Und hier bei der Kirche. Na toll. Invisieren Sie die Kirche der Stadt. Hoffentlich sind Helga von Braun durch die Kirche. Schalten Sie Browns persönlichen Elite-Wachen aus. Also nicht die Gläte-Wachen. Hm, also das heißt, kein Zoll nicht mehr. Was auch ohnehin sein soll. Was ist denn hier los? Sekunde. Eine Sekunde, Frau Direktor. Funktioniert alles? Etwas Geduld, bitte. Wir arbeiten hier unter sehr schwierigen Bedingungen. Genug der Ausflüchter. Sagen Sie mir einfach, ja oder nein. Frau von Braun, wie oft muss ich Sie noch daran erinnern? Das ist eine komplexe und schwierige Operation. Sie braucht Ihre Zeit. Wir machen hier keine Zahnfüllungen. Sprechen Sie nicht mit mir, wie mit Ihrer Mutter. Einen Moment, nur einen Moment. Was? Ja, ja, der Extraktionsprozess beginnt. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Exzellent. Oh ja, das ist ein böser Gegner. Wie ich gerade sehe. Aber die Mission gibt es leider erst im nächsten Part. Tschau Leute.